Jule, 2-0-Sieg gegen Fürth im Test. Ich denke, da kann man heute zufrieden sein, oder? Ja, absolut. Ich denke, das war heute ein sehr positiver Tag für alle. Wir hatten hier super Bedingungen, in Kräuter Fürth im Stadion zu spielen. Und dass wir das Ganze mit einem 2-0-Sieg heute beenden, ist natürlich sehr positiv. Du hast es 1-0 erzielt. Beschreib es mal aus deiner Sicht. Ja, war ein super Ball von Marc Leis. Ich spiele in genau einen perfekten Moment rein. Und ja, ich sehe, ich bin allein vor dem Tor und habe mich darauf konzentriert, dass ich ihn ins kurze Eck knalle, weil der Torwart mir sie ein bisschen angeboten hat. Und dass ich ihn natürlich so gut treffe, dass er da oben rein fliegt, war natürlich super.